Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Sniper Elite V2 Und dieses Mal geht es in eine Kirche. Die Kirche heißt St. Olibartus. Ich bin mal gespannt Sagt mal Ne ich glaube ich habe den normalen Schwierigkeitsgrad eingestellt weil da links Meisterschütze steht Also wenn wir das auf schwer spielen würden dann würde es natürlich erklären dass ich mich immer so aufrege Später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden um den Flakturm am Tiergarten zu kommandieren Ich improvisiere nicht gerne aber das HQ glaubte eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen? Kein Zweifel dass die mich erwarten Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich total Ich bin gespannt wie oft wir wieder sterben werden Das wird bestimmt wieder super Das wird bestimmt wieder total geil Wirklich ich warte nur darauf dass wir wieder Alarm auslösen und wir wieder im hohen Bogen abgeballert werden So ein Scheiß Wow Gott Jesus Da links ist einer Den markieren wir Markieren 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 Junge Ich kriege den wahrscheinlich von hier aus nicht Naja das geht gar nicht Scheiße Der kommt zurück Und da links Der dreht sich um Okay Kommt der? Wow er kommt Oh mein Gott Er kommt Oh Gott wie weit kommt er? Ich sehe mich jetzt schon verrecken Bitte dreh dich um Ja sehr gut Na Kampfkill Ja Okay Okay Ja Klar Klingel einmal Ja okay Nein Du Bastard Verpiss dich einfach Du Scheißkerl Komm klingel noch einmal Ja sehr gut Hoffen wir mal nicht Dass da noch ein anderer war Und ganz ehrlich Das macht mir gerade große Angst Wir wurden gerade von irgendwem gesehen Oh da vorne ist auch was So da ist einer Da war aber noch einer links Ja geil Scharfschütze Absolut Grandios Absolut geil Wurden wir schon entdeckt Von den anderen? Ne wurden wir nicht Absolut großartig Ich Wirklich Arschloch So jetzt gibt es Einen fetten Schlag Voll in die Ja voll in die Fresse eigentlich Ja Okay War zwar der Kopf Aber ist auch okay Gut Da wissen wir Auf jeden Fall schon Bescheid Da ist ein Scharfschütze Da vorne ist noch einer Den können wir nicht abknallen Ich Ihr wisst jetzt wahrscheinlich nicht Warum ich zurückgezogen habe Aber das sieht aus Es wäre ja noch ein Scharfschütze Unterwegs Ja okay Gut Der ist tot Okay Da ist noch einer Mist Bitte 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 Ja sehr gut Glockenturm Danke Beide auf einer Stelle So Aber ich bin jetzt hier ganz vorsichtig Wir haben jetzt auf jeden Fall Schon mal vier erledigt Ich muss mir immer für Oh da konnte ich irgendwas markieren Ich muss mir immer für Achso da steht ein Panzer Ja klar Natürlich da steht ein Panzer Ich muss mir immer für mögliche Ja Gegebenheiten Falls wir sterben sollten Weil uns ein Panzer voll in die Fresse schießt Muss ich mir merken Wie viele Leute ich getötet habe Beziehungsweise wo die gestanden haben Damit ich Bescheid weiß Wisst ihr Ja der verlangt Ich verlang jetzt nicht von uns Da vorne hin zu gehen oder Ohne dass ich ein Panzer erledigt habe Ja ich spalle mal den Panzer kaputt Klaro Aber auf jeden Fall Wo ist der Tank Da ist der Tank Das war nicht gut Jo Da kommen die ersten Ich höre es schon oder? Ne Ich glaube ich kriege den Panzer von ihr Ist nicht kaputt Könnte es sein? Das scheint mir so zu sein Ja dann rennen wir mal hier rüber Ich habe nur ganz ehrlich Angst Dass der Panzer uns sieht Sehen wir ja gleich Wenn wir abgeknallt werden Ja der Panzer sieht uns Der Panzer sieht uns aber auf jeden Fall Der Panzer sieht uns ja sowas von Wollen die mich verarschen? Wie das nicht geht Wie will ich denn den Panzer von hier aus erledigen? Ja ja Jetzt sieht mich auch noch ein verkackter Scheiß Scharfschütze Wo stehst du denn jetzt schon wieder? Wo bist du denn? Bist du da oben im Glockenturm glaube ich ne? Naja ich sehe dich nicht Wo? Alles klar Alles klar Ja klar Wie will man den denn sehen? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Wo ist denn der? Ja natürlich Ja klar Ja Das meine ich mit unfaires Spiel Der ist da komplett hinterm Rauchen Und man sieht gar nicht wo der ist Ja Penner Stirb Drecksack Ja und da vorne ist ein Panzer Habe ich eigentlich schon erwähnt Dass da vorne ein Panzer steht? Denn wir so nicht erwischen können Egal Ich probiere es noch gleich mal So richtig schön rangezoomt Ja der hat getroffen Wenigstens Endlich Meine Fresse Wie genau muss man da bitte schießen? Ja jetzt geht es hier bestimmt total ab Jetzt geht es hier bestimmt richtig ab Ich warte darauf dass 3000 Feinde kommen Ja oder auch gar keiner Ja natürlich Ja ist natürlich klar Wenn ich so ein Ich wechsle mal zur Dings Wenn ich so jemanden normalen so töte Ja also so Keine Ahnung Der 30.000 Kilometer entfernt ist Und Da hört natürlich jeder Den Schuss aus Ja aus der nächst Aus dem nächstgelegenen Bundesland Aber wenn ich einen Panzer in die Luft jage Da passiert natürlich gar nichts Total realistisch Ne ich bin ja froh Ich reg mich hier natürlich wieder ein bisschen künstlich auf Aber ich hoffe ihr versteht was ich meine Das Spiel ist manchmal ein wenig komisch Wow Panzer 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 Ja klar Fick dich doch du Schubastie Tötet ihn Leckt mich Vielleicht mal Ja geil Jetzt kann ich noch nicht mal mehr zoomen Weil Äh Zoomen sag ich schon Jetzt kann ich noch nicht mal mehr hier in den Ruhrmodus Weil ich so voll abgeholzt wurde Ja Kommt ihr jetzt mal bitte um die Ecke Wäre vielleicht mal eine wohlige Tat von euch Ja klar Leckt mich Wir werden dich finden Übrigens Schön dass ihr Deutschen alle die gleiche Synchronstimme habt Achso jetzt ballern die einfach mal wild in der Gegend rum Achso ja Ja sehr gut Das macht Sinn Komm raus Scharfschütze Komm ich da in das Gebäude rein Ich hab das gerade eben gar nicht geguckt Naja komm ich nicht Er ist Hä Alter was geht mit denen ab Sind die ein bisschen behindert Warum ballern die hier die ganze Zeit rum Obwohl ich schon längst weg bin Wo sind sie denn Hä Mag mir Wow Oh mein Gott Oh mein Gott Der Panzer kommt um die Ecke gefahren Oh Gott Ey wirklich Die sind Die Boah Gott Die Entwickler waren Haben glaube ich zu viel geraucht Als sie das Spiel entwickelt haben Ja 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 Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Ja genau Ja ja sehr gut Sehr gut So will ich das sehen Genauso und nicht anders Ja ja Kommt her Kommt her Freunde der Nacht Ich warte nur auf euch Dass ihr um die Ecke kommt Ja ja ich bin hier irgendwo Ich weiß Ich bin hier irgendwo Ganz heimlich Habe ich nur ein Panzer So kommt Ja okay Da vorne Okay Oh Gott Oh Gott Ich bin so scheiße Ich bin so scheiße Habe ich schon erwähnt Wie scheiße ich bin Ja Ich glaube man hält auch das Gewehr viel unruhiger Wenn man unter Stress steht Ich habe darauf noch nicht geachtet Aber wie ruhig dass ich das jetzt halte glaube ich Und dann Ja ja Tod Ja okay Okay jetzt haben wir Da sind noch zwei Alles klar Gut Gut dass wir das wissen Hilfe Okay 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 Ich glaube das ist voll in den Hals Naja das ist voll in den Hals Beziehungsweise in den Nacken Okay da war aber auf jeden Fall noch einer Am Lief da gerade einer rum Ja einer war ja auf jeden Fall noch am Leben Das haben wir gerade eben gesehen Haltet die Augen auf Ja 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 natürlich Natürlich Mhm Mhm Genau Ich weiß nicht ob ihr Ob ihr gerade versteht WTF Von wo Ach von da ganz hinten Ich weiß nicht ob ihr gerade verstanden habt Warum ich mich aufgeregt habe Aber äh ja Ich sehe durch die Flammen gar nichts Stehe hinterm Panzer Und die äh sehen mich natürlich Darüber habe ich mich gerade eben aufgeregt Ja Okay Ja du bist jetzt auch tot Da am Fenster Ich habe ihn gesehen Aber ich muss nachladen Ja danke Ey die haben wirklich nur zwei Sprachaufnahmen Oder Sprachdateien Ja 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 Komm raus Oh Gott Komm doch raus Ja ja man man Das Das Gewehr wird viel unruhiger Wenn man Äh Nicht so Äh Ja Wenn man seinen Herzschlag Nicht so ganz verlangsamt hat Ja Junge Kommst du jetzt bitte raus Ja wo sind die denn Das kann doch gar nicht sein Wo sind die denn Ah ja 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 Sehr gut Sehr gut Sehr Oh Gott Dreckiges Pack Kopf 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 Ja sehr gut Ja ja Sehr gut Ja Komm doch raus Ich weiß doch Dass da noch einer drin ist Leute Ja sehr gut Komm raus Ja 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 Komm Komm Endlich Mittlerweile muss ich sagen Ich merke mir Hab mir gerade leider gar nicht mehr gemerkt Wie viele Feinde hier in Wirklichkeit rumstehen Weil das Spiel hat ja noch immer nicht gespeichert Wir haben noch immer die schöne Möglichkeit Hier arg zu verrecken Ich warte nur Darauf dass hier lustige Feinde sind Also Scharf schützen meine ich Ich bewege mich mal ganz vorsichtig nach hier Weil ich muss das Ganze einfach vorsichtig spielen Ansonsten liege ich so schnell im Dreck Okay Warum Ihr merkt das gerade nicht Aber mein Xbox 360 Controller pulsiert Ich weiß gar nicht warum Ich werde dich finden Okay hier ist auf jeden Fall noch was Und pulsiert denn mein Controller so Hä Regen im Feuer oder was Das ist voll nervig gerade Wo seid ihr denn Ich wechsel mal zu Thompson Sorry ich bin gerade total ruhig Aber ich muss mich gerade voll konzentrieren Weil ich nicht weiß wo die sind Seid ihr da vielleicht Ihr seht das ja auch Was soll denn das Warum pulsiert denn mein Controller so Und auch hier Wenn ich mein Mein komisches Das pulsiert auch so Wollte mich verarschen Was ist das Ich glaube das Ding denkt Ich würde permanent Energie verbrauchen Hä Raff ich nicht Vielleicht seht ihr das Gott scheiß Bug Ah ne jetzt hört es auf Ich habe auch hier Ne doch nicht Ich habe auch hier permanent Seht ihr das Einen Puls schlag Gut vielleicht ist es auch Weil noch Leute Ah da ist er Weil Leute vielleicht noch nach uns suchen Oh da oben ein Fenster Okay Oh ich muss mal weg Boah da oben Okay 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 Ich habe dich gesehen Schieß mich bitte nochmal an Wo 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 Oh Gott Wo denn Ich habe dich doch nicht gesehen Von wo Hä Raff das hier irgendwer Nein Ich raff es auf jeden Fall nicht Du bist auf jeden Fall tot Dass hier permanent Mein Puls verbraucht Das ist doch nicht normal Im besten Willen Was soll denn das Das habe ich zum ersten Mal Das nervt total Ihr seht ja auch Permanent meine Fokusanzeige ab Was soll denn der Rotz So kann man noch nicht spielen Da oben war aber auf jeden Fall auch noch was Das weiß ich Ja klar Oh sogar zwei Double Vielleicht Double 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 Vielleicht Komm 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 Durch beide Oh durch zwei Köpfe Krass weil die ineinander standen Oh wie geil So das war es glaube ich Ich glaube das müsste es jetzt gewesen sein Nein da ist noch einer Ne da war doch keiner Sah so aus Oh ich habe voll Angst Ich bin ganz ehrlich zu euch Ich habe mega Schiss Ja hä Hä Ja da ist noch einer Was soll das bitte Wie viele laufen denn hier rum Das kann doch gar nicht sein Ich gehe mal hier in Deckung Vor allem Das üble an den An hier dran An dem Spiel ist auch Diese NPCs Sind sowas von Schuss genau Das ist so pervers Die schießen mit einer MP Auf drei Kilometer Entfernung So gut wie ich Wie mit einem Scharfschützengewehr Ist das nicht wahr Ja das ist wahr Stirb doch Danke Ey wie viele sind denn hier noch Ihr wollt mich doch eigentlich nur verarschen Oder Ja ich bin hier irgendwo Ich bin dein Albträume Ich komme nachts als Geist zu dir Und reiß dir dein Herz raus Ihr seht Ihr seht Das Spiel speichert Sehr nett Das Spiel ist auch mal genetisch Das Spiel speichert Nachdem man hier eine Dreiviertelstunde rumgelaufen ist Na gut 20 Minuten Aber Meine Position sollte klar geworden sein Ja gut Was ist denn jetzt hier Kann man das eigentlich ausschalten Nein kann man nicht Komme ich hier irgendwie raus Ja komme ich Hier unten ist ein Keller Gibt es hier Munition Hier gibt es bestimmt Munition So wie das aussieht Ja klar Fick dich Ja klar Haha Loser Also wehe Das hat sich nicht gelohnt Wehe Hat was in die Hose Gemacht Als ich hier runter gegangen bin Das hat sich based on Was ist das Was ist das Was ist das